Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gaming HD Freunde, ich bin's euer Fabian und herzlich willkommen in dieser Aufnahme. Viel Spaß! Okay. Haltige Kacke. Kleine Information zu Fabian, das ist Feld 17. Da steht auch Polizeiauto. Und ich stehe da. Ja, das Geruch. Welches Feld war das? Feld 17? Ja. Flott der LW heute. Halte du ja. Ich war ja auch noch aus dem Wasser, ne? Ich will's überprüfen. Moin. Hallo, moin, moin, moin. Ach, hier ist es, moin. So, komm, Leute, sechtau jetzt, man! So! Wir sind vollzählig, Ausfahrt! Wo war das? Feld 17, äh, hier über der... Ja, auch so, Heumannstraße, ne? Heumannstraße, ne? Heumannstraße, ne? Feld, ja, Höhe 17, wa? Mann, 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 Mann. Immer diese Rettungswägen, die ihm... Feld 17, ne? Ja. Guten Tag! Ja, moin. Ja, wie sieht's aus in der Person im Haus? Och, du Scheiße! Ach, 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 du Scheiße! Mann, die Idioten von der Polizei sollen das Fahrzeug wegfahren! Na Gott, ey, wo... Immer damit, wenn man sich drauf sind zu weg, ne? Da, warte! Da, warte! Da, warte! Ja, ich weiß, noch gar so. Was? Da, was? Da, was? Da, was? Da, was? Oh, schnell das nicht mehr! Da, ist er! Da, ist er! Gut! Fabi! Oh! Keine da! Bein! Ja, da läuft ja alles soweit, ne? DLK... Verdammt, jetzt haben wir die Rufnamen nicht gemerkt von der DLK, verdammt! 333, äh, 3331! 5331 an Einsatzleiter kommen! An Einsatzleiter kommen! An Einsatzleiter kommen! Äh, Frage, Lage, Meldung! Genaue Lage, Meldung! Äh... Jetzt kann man gleich hinterher kommen! Jetzt kann man gleich hinterher kommen! So, weil du kein LKW fahren kannst! Ich kein LKW fahren kann! Ich kein LKW fahren kann! Wo du bist auch recht rumgefahren! Das ist perfekt auch normalerweise, wenn du überhaupt mal überlegen! Das ging nicht! Wendelkreis! So groß, Wendelkreis! Großer als die LKW, dann Wendelkreis auch nicht! Gut einnennen! Gut einnennen! Wir sehen uns dann, wenn du da bist, ne? Du ganz ehrlich! Das wird hier runter, ne? Ich hab viel schneller! 12, 45, 2 an 12, 11, 1 kommen! 12, 11, 1 kommen! Frage, von welcher Seite sollen wir anfahren? Von der... 2, äh, von der Nebenstraße oder von der Hauptstraße? Ähm... Bahn, die von der Nebenstraße ankommen! Ja, das ist aufgenommen! Sind gleich Einsatzstelle an! 2 an Leitstand kommen! An was? Leit... Leitstand! Ne! Nicht Leitstand! Einsatzleiter! Einsatzleiter! Ja! 12, 11, 1 an 12, 45, 2 kommen! Fahren Sie mal bitte! Ihr auf meine Position! Äh... Nicht möglich! ELW oder LS müssen weg! EW wird von der Seite gefahren! 12, 11, 1 von 12, 45, 2 kommen! 12, 11, 1, 2 kommen! Ja, Frage, was ist unsere Aufgabe? Wo sollen wir uns positionieren? Irgendwie Wasserversorgung benötigt oder sonst was? Äh... Bauen Sie... Äh... Unterstützen Sie erstmal die TRF-Besatzung beim Aufbau der Wasserversorgung zu DEL und einen Trupp, äh... als die Hunde zu breit stellen? Ja, das übernehmen wir... So, wir fahren jetzt nach hinten zur... zum... zum Hydranten da vorne... Und dann will ich, dass ihr... Ich fahr dann langsam weiter... So, hier geht ihr an den Hydranten dran... Erzählst... Nein, nicht so hoch, sonst kann ich die Messer nicht mehr umlaufen... Da geht man nicht mehr... Kann man nicht mal drauf... So... Alles in den Tränen... Und dann können wir gleich so dahin... Kommst du so drauf? Weil die auf den Kopf... Danke, schau... Wir werden langsam noch vorne ausfahren... Gehen nach hinten... Die im Bilderbuch... Noch ein bisschen... Bisschen runter vielleicht... Glaub ich jetzt ja nicht... Noch ein bisschen raus... Gut... So, wir sehen... Bilderbuch... So, reinkuppeln... Ich fahr dann langsam voran... Mit Schrittgeschwindigkeit... Wer hat mir mein Strahlrohr geklaut? Ich nicht... Aber mach mein Strahlrohr weg... Oder ist jemand... Ja, wir sind jetzt dabei... Die Wasserversorgung aufzubauen... Haben Sie schon eine weitere Aufgabe für uns? Sicherungstrupp steht... Ja, Sicherungstrupp ist bereit... Haben Sie doch einen Trupp zur Verfügung... Oder sind das... Ja, wir haben... Wir haben Angriffstrupp und Sicherheitstrupp... Für den Angriffstrupp einsatzbereit... Ja, gut... Dann einmal... Ihr Angriffstrupp nochmal ins Gebäude voran... Kommen... Ja, das ist verstanden... Ich schicke die Leute sofort los... Sobald wir an der Einsatzstelle wieder eingetroffen sind... Wenn wir Wasserversorgung aufgebaut haben... Die müssen jetzt ja nicht unbedingt mit den schweren Atemschutzgeräten da hinlaufen, ne... Da haben sie ein bisschen mehr Ausdauer... So, wir speisen das Wasser auch gleich direkt ans HLF an... Wir fahren jetzt hier gleich so vors... TLF und dann... Geht's ab... Dann können wir das nämlich schön da dran... Und ihr springt gleich so raus... Wenn ich fahre an Einsatzleitung kommt... Ah, das ist ja schon hört von... Ähm... Segengrad... Hinter... hinteren Bereich... Die tausend Personen rausbrennen... Kommen... Ja, das ist jetzt bestanden... Könnt... Sauber... Babi... Ja... Eure Agentie-Prob ist noch hier sehr wichtig, ne... Ja, die können jetzt... Die sind jetzt einsatzbereit... Die sollen einmal die Person hinter dem Gebäude wegnehmen... So, Jungs... Ihr... PA aus... Also PA... Anlegen und Personen hinterm Haul... Äh... Gebäude wegholen... Wie ihr gerade wahrscheinlich mitgehört habt... Ab... Äh... Hier... Ihr stellt euch zur Sicherheit bereit, falls irgendwas ist... Ja... Zwölf... Elf... Elf... Elf ist leer... Und nein, nicht... Warte, warte... Jetzt ist das überhaupt nicht... Jetzt... Kannst du das Elf auffüllen... Ja... Dein Schlauchtrupp möchte mal bitte in Riegelstellung gehen, damit das Feuer nicht aufs Gebäude übergreifen... Ob das Gebäude rechts davon übergreifen kann... Ja... Schick ich da hin... So... Schlauchtrupp ab in Riegelstellung... Hier vorne, dass das nicht übergreift... Elf... Kannst du da weiter machen... Warte? 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 Warte drüber gelaufen aufpassen aufpassen ich will jetzt auch schon wieder als unter dem Strahlrohr holen danke Fabian schuldige alles gut hey du Arsch oh Fabian wie gefällt dir die Einsatzidee ja auch feurig unter dem Hintern für mich war ein Ding war unter Maß Angrostrupp 1 von Ratenstutze überwachen kommen Angrostrupp 1 Schöp der Frage wie ist die Lage drinne und euren Druck einmal bitte durchgekommen Druck ist momentan bei 160 bei meinem Partner bei 175 175 175 ja das ist verstanden Person wir sind jetzt fast alle Räume durch zwei fehlen noch und dann kommen wir raus weil keine Personen wahrscheinlich auffindbar sind ja dann überprüft die beiden Räume noch schnell und Gruppe nachgeschneiden wird rauskommen ja das ist verstanden Angrostrupp 1 12 45 2 an Atemschutzüberwachung kommen Atemschutzüberwachung wird kommen ja die Personen hinterm Gebäude wurden soweit nach vorne gebracht bitte geben sie dies an den ELW weiter ja das ist verstanden ja das ist verstanden Ende Angrost 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 der ELK an Einsatzhaltung kommen Du hast jetzt nicht wirklich die Masken geholt oder? Du hast jetzt nicht wirklich die Masken geholt oder? Dach daslach immer noch in voller Ausbildung Ja ist verstanden Angrost 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 Dach 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 von 12 11 1 kommt Entschuldigen Sie, ich habe gerade einen Dreher da drin gehabt 12 11 1 von Leitstelle kommen Ja, Fragen, Lage, Meldung Ja, äh, Personen, äh, alle Personen aus dem Gehäuse gerettet Ähm, äh, Schornstein soweit gelöscht, ähm, löschen jetzt noch die Relätze auf einmal abkommen Ja, das ist verstanden Entlöstung wird kommen Ja, Entlöstung stattgefunden Ja, das wird verstanden, man setzt die Brandbekämpfung fortkommen Ja, verstanden, kommen Lass die Delta mal so stehen Ich gehe jetzt überdacht Ey, wie kann ich die Delta jetzt nicht haben? Wollen Sie es verarmen? Atemschutzüberwachung Ich, ich versuchte es jetzt mal gerade mit einem Glas darzustellen Mit einem Glas Mit einem Glas Atemschutzüberwachung von Angriffstopp 12 45 2 Anleiten Äh, an Atemschutzüberwachung für 12 Äh, Angriffstopp 12 Äh, äh, 12 45 2 Ja, wir sind jetzt Wieder beim Fahrzeug Haben Atemschutz abgelegt Und Ent, äh, Ablegen der Barzahl sind 230 und 245 Feuer aus Setzen, Atem, Atem, Atem Ah, das ist verstanden Leitstelle wird Ja, Feuer aus Ja, das haben wir mit Ja, Leute Wir hoffen, euch hat das Video gefallen Haut rein Bis zum nächsten Mal Tschau 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 Bis zum nächsten Mal.